Ahoi und herzlich willkommen zu der neuen Folge Minecraft Town auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja, das ist jetzt der zweite Teil, der etwas verspätet kommt. Naja. Am jeden Fall sind wir jetzt hier immer noch auf dem Kreuzfahrtschiff. Und weil das Schiff ja letztes Mal nicht losgefahren ist, habe ich hier eine Schaltung eingebaut. Also die war schon da. Also ich habe das Schiff gesteuert. Und man hört vielleicht schon die Maschine. Warum ist hier eine Katze? Also, weil wir ja letztes Mal nicht viel gemacht haben, sondern nur aufs Schiff gekommen sind, wollte ich mir heute mal ein bisschen das Schiff angucken. Also hier kann man auf jeden Fall runter. Einigermaßen. Eigentlich kann man nicht runter. Aber hier ist ein Speisesaal. Wie auch immer man da reinkommt. Mit Panoramafenster. Mal gucken. Geht es hier rein? Nein. Das Schiff ist wirklich ein Labyrinth, hier kann man sich hinsetzen und aufs Meer starren. Das Schiff ist ganz schön laut, also hier kann man nichts machen, hier kommt man nicht so wirklich rein, so, hier durch. Dann kann man hier Tennis spielen. Hier kann man anscheinend Basketball spielen. Wir gehen immer nach unten. Das Schiff ist ein Labyrinth, hier ist ein Labyrinth, hier ist ein Labyrinth. Das Schiff ist ein Labyrinth, hier ist ein Labyrinth. Meine Diamanten, stimmt, ich habe ja auch noch das hier dabei. Ein bisschen zu trinken. Nimm mich mal mit. Was zu trinken schadet hier auch nicht. Dann geht es hier runter. Hier ist ein Essensstall. Und der Typ hier spielt piano. Oder Klavier. Hallo Exo. Es war anscheinend ein Hallo. Das konnte man jetzt nicht wirklich erkennen. Und was ist da hinten? Also hier ist erstmal nichts. Hier geht es rein. Hallo Tic Tac. Und Kino. Hallo Punkt. Hallo Punkt. Hallo Punkt. Hallo Punkt. dann sind hier fahrstühle warum hast du die Hose bis zum Bauch so machen sie bitte die Tür auf wieso haben sie die Hose bis zur Brust wenn sie mir das sagen Paul ok was war das denn ich glaube das Schiff wurde beschädigt ich sollte vielleicht schnell in allem Bescheid sagen irgendwas ist explodiert es steht nicht gut um das Schiff ja ich weiß dass du aus dem Gefängnis bekommst komm schnell und deine Frau auch wir müssen hier raus das Schiff ist da ist irgendwas ich geh kurz mal gucken Slimey Slimey hör mir zu das Schiff warte ja schon nicht wieder zu treffen aber das Schiff da ist irgendwas passiert hast du was nicht gehört ich trinke erstmal etwas und dann gucke ich ihr nach ob irgendetwas passiert ist was war das hier hier ja hier geht es runter ein schön dunkel ich kann da nicht drüber 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 oh nein stimmt dann kommt hier wasser rein wo ist der Block was soll ich jetzt machen M M Hilfe Oh nein, jetzt kommt noch mal Wasser. Oh nein, hier ist ein Block. Oh nein, jetzt kommt noch mal Wasser. Jetzt muss ich hier raus. Hier vorne ist vielleicht irgendetwas. Was soll ich jetzt machen? Also, hier sind Blacomit, hier sind Blacomit. Und die sind vom Buchstaben, oder? Wenn ich das jetzt aufmache, dann schließen. Schließen. Okay. Also hier... Das passiert nicht. Und... Hier die Blöcke können ich mitnehmen. Und ich kann das Ganze sagen, ich muss ja mal gucken, ich weiß jetzt mal, ich weiß nicht. Und ich kann mich auch hier sagen, ich darf nicht schlafen... Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich kann mich auch hier machen, ich kann mich auch hier machen. Was ist das? Wo bin ich? Ich bin anscheinend im Kontrollzentrum. So, wir haben ein Problem. Wasser dringt ein. Ich bin doch schon am Ball. Ich will kein Ticket. Wasser dringt ein. Slimey, sag einem Bescheid. Wasser dringt ein. Willi! Willi kommen zu Wasser. Servus von. Gelpersön. Willi hat sie keinen. idesen. Ja, denjen du, bleib. Jetzt kann ich wieder rein. Jetzt kann ich wieder rein.